Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Python Video Let's Code und zwar wir wollen heute Traffic über das Tor-Netzwerk leiten. Das bedeutet, wir wollen wirklich das Tor-Netzwerk verwenden, um Websites anzufragen und natürlich auch dann bei uns die Ergebnisse mehr oder weniger anzuzeigen. Das heißt, wir wollen es einfach nur auf der Kommandozeile ausprinten. So, ihr habt dazu mehrere Möglichkeiten und das ist klar, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber wir verwenden dieses Mal direkt eine Library und zwar TorPy. Das heißt, ich zeige euch mal ganz kurz, wie ihr das Ganze installiert, pip install TorPy. Das Besondere an TorPy ist, dass es im Endeffekt eine Bibliothek ist, die komplett in Python geschrieben ist. Das heißt, sie implementiert das Tor-Netzwerk komplett selbst. Warum ist das so besonders geil? Nun, im Endeffekt ist das besonders geil, weil ihr dadurch nicht auf irgendwas anderes angewiesen seid. Das heißt, ihr seid nicht angewiesen auf irgendwelche Hintergrund-Services, die laufen. Ihr seid auf nichts angewiesen, weil das komplette Tor-Netzwerk hier drin selbst implementiert wurde. Und ihr seht, das Projekt ist auch nicht gerade klein. Wir haben hier 104 Stars dabei, wir haben 19 Forks und wir haben sogar hier eine Liste von Dingen, die schon fertig sind. Und natürlich sind wir noch nicht komplett durch. Also pip 3 install TorPy, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hier sehen wir auch, was gerade noch fehlt. Also implement v3 hidden services. Hidden services sind diese Webseiten, die nur über das Tor-Netzwerk erreichbar sind, also die Onion-Services. Das heißt, sowas wie eben der Facebook Onion-Service, also dass ihr Facebook direkt über das Tor-Netzwerk erreichen könnt. V3 ist noch nicht fertig implementiert hier drin. V2 ist allerdings natürlich fertig. Dann gibt es hier ein kleines Refractoring, More-Unit-Test. Wir haben vorhin gerade gesehen, es ist nur eine 84-prozentige Coverage. Was die Unit-Tests angeht, ist nicht ganz so geil. Und wir müssen, oder hier soll die Library Async.io neu geschrieben werden. Interessant. Und hier Onion-Services sollen auch noch eingebettet werden. Aber alles in allem trotzdem schon eine sehr, sehr, sehr gute Library. Und ihr seht natürlich auch, hier kommt immer mal wieder was dazu. Ist natürlich nicht ganz so regelmäßig, aber es ist auf jeden Fall immer mal wieder Aktivität dabei. Und nein, das ist kein Sponsoring. Die Library ist natürlich völlig kostenlos. Ihr kennt das ganze Spielchen. Ich wollte euch nur ein bisschen Hintergrund erzählen. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist natürlich, ihr könnt lokal die Tor-Nodes verwenden, beziehungsweise den Tor-Service im Hintergrund verwenden. Den kriegt ihr über, das mache ich jetzt mal hier oben, sudo appget install tor normalerweise. Und dann könnt ihr Dinge durch das Tor-Netzwerk routen, indem ihr eben ein Sox-Proxy setzt. Also hier zum Beispiel einfach über Request hergeht und dann eben normalerweise irgendwie so 9.000 irgendwas. 9.950 oder sowas. Oder 9.150, 9.550. Egal. Auf jeden Fall läuft das Ding normalerweise auf einem Port. Und dann könnt ihr quasi den kompletten Traffic über Tor dadurch routen. Könnt ihr machen. Das geht auch. Wir benutzen hier, wie gesagt, die einfachere Variante, nämlich hier Tor-Pi. Pip install Tor-Pi. Das ist alles, was ihr jetzt wissen müsst. So, ist bei mir schon gemacht, offensichtlich und deswegen lasst uns direkt loslegen. Das Ganze ist noch nicht so einfach zu benutzen. Ich hoffe, dass das noch einfacher wird in der Zukunft, aber ihr wolltet dieses Video schon jetzt sehen und deswegen machen wir das natürlich jetzt auch schon. Das heißt, als erstes Mal brauchen wir from Tor-Pi Import Tor-Client. Der Tor-Client fungiert quasi als Client gegenüber Tor. Das dürfte relativ offensichtlich sein. So, und ja, jetzt machen wir einfach mal With Tor-Client, Klammer, Klammer. Das erstellt euch einen neuen Tor-Client und wir nennen den jetzt einfach mal Tor. Und diese Variable hier, wer mit dieser With-Struktur nicht vertraut ist, die Variable Tor ist dann gültig in dem Bereich, der hier eingerückt ist. Das ist im Endeffekt ganz angenehm, weil es dann automatisch auch aufräumt, wenn es fertig ist. Das heißt, ihr müsst euch hier keine Gedanken mehr drüber machen. Okay, With Tor-Client ist Tor. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, wir wollen einen zufälligen Tor-Kreis haben. Das bedeutet, wir wählen uns drei Routen, aber ihr könnt euch aussuchen, wie viele Routen, also wie viele Hops ihr im Tor-Netzwerk haben wollt, was super, super geil ist. Das heißt, wir sagen hier Create Boden-Circuit und ihr könnt hier sagen, okay, ich hätte ganz gerne drei Hops zum Beispiel, das ist der Standard. Ihr könnt hier aber auch sagen, ich möchte 42 Hops haben, ja. Dann geht ihr über 42 Knoten im Tor-Netzwerk, die euch alle anonymisieren. Achtung, das wird enorm lange dauern. Deswegen, ich würde euch empfehlen, die drei zu verwenden. Das ist so das, was als sicher gilt und mehr ist meistens nicht nötig. Aber ja, wir nehmen das jetzt hier mal als CERC. So, also das ist quasi unser Tor-Kreislauf. Den könnt ihr natürlich jederzeit erneuern, indem ich hier einfach sage, okay, ich schreibe hier unten dann wieder Code rein, also so. Ab diesem Pass hier unten ist dann der Kreislauf nicht mehr gültig. Das heißt, ihr müsst einen neuen Kreislauf erstellen und habt dann natürlich wieder neue Tor-Routen, die ihr verwendet. Das heißt, ihr könnt das eben dynamisch einstellen. Ziemlich geil also. So, wir machen weiter und machen tatsächlich nochmal ein With. Und ja, ich bin großer Fan von diesem With. Zumindest in diesem speziellen Fall. Hier ist das sehr, sehr angenehm, weil man es auch direkt sehen kann, was wozu gehört. With CERC.CreateStream. Das heißt, ihr baut einen Stream auf. Und jetzt sagen wir hier mal, wo wir hinwollen. Und ja, wir nehmen jetzt die dunkelste aller Darknet-Seiten, okay. Die verkaufen Daten, die sind richtig hart, da kriegt man alles, okay. Und das ist natürlich Facebook. So, und das bedeutet, wir gehen in das Facebook-Netz rein, beziehungsweise auf den Facebook-Hidden-Service. Und den habe ich mir mal rausgeschrieben, wobei der eigentlich sogar machbar ist. Facebook-Core www.onion ist der Facebook-Service von, oder die Facebook-Adresse für einen Hidden Facebook-Service. Und ja, das ist tatsächlich eine echte Adresse. Ihr könnt ihn in eurem Torbrowser aufrufen, dann landet ihr einfach bei Facebook. Warum haben wir hier so eine geile Adresse und warum haben die wenigsten Darknet-Sites irgendwie so eine geile Adresse? Ganz einfach, die Adresse hier, also der Name vor dem Onion, wird erstellt über Kryptographie. Das heißt, das ist mehr oder weniger zufällig, was ihr da bekommt. Und klar, man kann sich das Ganze brute-forcen. Das heißt, man kann einfach schauen und die ganze Zeit neue Schlüssel generieren, so dass man irgendwann einen geilen Namen hat hier. Das heißt, Facebook hat einfach hier wirklich ihre Server mal ordentlich rechnen lassen. Und ich habe hier sogar was falsch gemacht, das heißt, www.i. Wir haben hier, oder die Facebook-Server liefen hier tatsächlich rund, um sehr, sehr häufig neue Schlüssel zu generieren, um mal zu gucken, ob wir irgendwann mal was Cooles hier bekommen, sowas wie Facebook-Core-www.i. Aber normalerweise ist das nicht so geil. Aber trotzdem, wir können hier einmal kurz Facebook anschreiben, sozusagen. Und wir brauchen hier allerdings auch wieder ein Tupel aus Host-Name, wenn man es genau nimmt, und natürlich den Port. Und das senden wir als Stream, beziehungsweise verwenden wir als Stream. So, und damit verwenden wir das Ding quasi wie einen Socket. Und das mag jetzt ein bisschen ungewöhnlich wirken, aber ein Socket baut natürlich auch Website-Verbindungen auf. Und ihr könnt somit auch andere Dinge im Hidden oder andere Hidden-Services im Endeffekt verwenden, also zum Beispiel andere IRC-Channels oder was auch immer ihr da machen wollt. Das heißt, ihr könnt damit tatsächlich alles machen. Einfach Kommunikation von A nach B über das Tor-Netzwerk. Das ist sozusagen die allereinfachste von allen Implementierungen, die man sich so an Netzwerk-Traffic wünschen kann. Okay, das heißt, wir machen hier einmal ganz kurz Stream.Send. Wir senden einfach mal hier folgendes. Und das ist jetzt tatsächlich einfach ein binärer String. Wir führen einen Get-Befehl durch und zwar auf die Root-Webseite. Das heißt, wir sagen, hey, einfach nur bitte anfragen. Facebook, bitte, was zur Hölle soll das oder was macht ihr da? Und dann wollen wir hier HTTP-Version 1.0 verwenden. Backslash-R, Backslash-N. Ups, Backslash-N. Und dann brauchen wir natürlich noch den Host-Doppelpunkt, also wo es quasi hingehen soll. Und das machen wir jetzt als Format-String, wobei wir es eigentlich, ja, wobei, lasst uns das so als Format-String machen. Ich glaube, das ist ganz gut soweit. Neue Zeile und dann, Ups, Backslash-N. Und dann noch eine neue Zeile. So, das ist quasi das absolute Basic-Format, um einen Get-Befehl auszuführen. Da kann man natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen. Ihr könnt euch das auch gerne durchlesen, wie die Browser das machen. Und hier sagen wir einfach, wir encoden noch den Host-Namen rein. Und der geht dann eben mit. So, als Antwort kriegen wir hoffentlich, wobei, Red, nennen wir es einfach mal Red. Als Antwort bekommen wir etwas über Receive-All, was eine Funktion ist von unserem, ebenfalls von TorPi. Das ist quasi eine Antwort-Funktion. Und ja, ihr könnt nicht einfach die Socket-Funktion verwenden, offensichtlicherweise. So, dann sagen wir hier, wir wollen das Ganze noch dekodieren. Und das hier müssen wir selbstverständlich erst mal importieren. So, und jetzt printen wir uns das mal aus. So, ähm, Red. Okay. Ja, und dann schauen wir uns das einfach mal ganz kurz an. Also, wir sind hier noch nicht am Ende angelangt, keine Sorge. Aber wir sehen auf jeden Fall, okay, das dauert schon mal etwas. Und wir haben hier ein Problem. Ja, das liegt daran, upsala, dass ich hier schon auf Facebook zugegriffen habe. Das wollte ich eigentlich erst im nächsten Schritt machen. Sorry. Wir wollten eigentlich erst mal gucken, ist unsere IP eigentlich jetzt eine andere? Also ist die aus dem Tor-Netzwerk? Und das machen wir, indem wir einfach mal ifconfig.me anfragen. Das ist eine von vielen Websites, wo ihr eure IP-Adresse abfragen könnt. Ähm, eine, die ich öfters mal verwende. Und hier sehen wir, dass es ein Bad Request ist. Habe ich mich irgendwo vertippt? Ich müsste mich irgendwo vertippt haben. Ähm, ich finde gerade nur das hier. Das, und habe ich sonst noch irgendwo irgendwas? Ähm, nein. Das war tatsächlich alles. Okay, also hier darf natürlich kein Leerzeichen rein, ähm, weil ansonsten wird der Host nicht gefunden am Anfang von der Zeile. So, und wir sehen unsere IP-Adresse ist 51, 195, 166, 162. Ähm, Spoiler, das ist eine Tor-Adresse. Also, das ist nicht meine offizielle IP-Adresse, die ich hier public sozusagen bei mir zu Hause habe. Und das heißt, unser Traffic ist gerade durch das Tor-Netzwerk gegangen. Wunder, wunderschön. So, wenn ich jetzt das Ganze, ich habe das gerade nochmal ganz kurz gestartet, wenn ich das Ganze nochmal laufen lasse, dann sehen wir hier direkt, ja, ich habe eigentlich auch jedes Mal eine andere IP-Adresse, wenn ich das Ding starte. Und das bedeutet, jedes einzelne Mal, wo dieser Client hier gestartet wird, oder wo eben dieser Circuit neu erstellt wird, bekomme ich eine andere IP-Adresse, weil ich jedes Mal einen komplett neuen Tor-Kreislauf erstelle. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll. Aber es macht das Ganze natürlich auch ein kleines bisschen komplizierter, denn ich möchte ja eigentlich auch mal eine Website vernünftig bedienen können. Das heißt, ich möchte zum Beispiel mich einloggen können und so weiter und so fort. Und dazu kennt ihr vielleicht noch Requests. Requests ist im Endeffekt eine Library, also ihr könnt auch einfach hier her schreiben, Import Requests. Die kennen manche vielleicht von euch. Das ist quasi die Netzwerklibrary schlechthin, wenn man Get- oder Post-Befehle machen möchte. Und so macht man es eigentlich relativ selten über einen Socket. Das ist wie gesagt eher für andere Dinge gedacht. Jetzt kann ich allerdings hergehen und kann tatsächlich hier sagen, also deswegen hat auch dieser Befehl hier nicht funktioniert, weil das eigentlich auch nicht für Hidden Services wirklich gedacht ist. Und jetzt kann ich hier hergehen und kann sozusagen mir das Ganze torifyen. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, mach mal bitte Requests nur eben über das Tor-Netzwerk. Und es ist sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir werden mit dem ganzen vertraut sein. Allerdings müssen wir hier noch kurz ein bisschen was importieren. Und zwar tor.py.http.import. Was wollen wir haben? Requests natürlich. Auf der anderen Seite wollen wir from tor.py.http.adapter, aber auch den tor.http.adapter haben. Das sind so die wichtigsten hierbei. Ihr könnt das Ganze auch selber benutzen, um Hidden Services zu starten. Da würde ich euch dann wie gesagt einfach mal das GitHub-Repo empfehlen. Da steht eigentlich alles Wichtige drin. Das hier ist sozusagen eine Variante, wie ihr, naja, wie euren normalen Traffic torifyen könnt. Okay. So, wie kann ich das jetzt machen? Nur im Endeffekt, erstmal brauchen wir diese Zeile hier nochmal. Das ist im Endeffekt genau dasselbe. So, und das Zweite ist, ich schreibe mich hier mal ganz kurz meinen Host2 ist gleich. Und jetzt habe ich mir das hoffentlich irgendwo zwischen kopiert. So, das ist jetzt die URL, also die Onion-URL, die wir hier aufrufen wollen. Und jetzt geht das Ganze ein kleines bisschen anders. Wir bauen uns nicht unseren Circuit, also unsere Tor-Route direkt wieder neu, sondern wir bauen uns unseren Tor-Guard. Das heißt, with tor.getGuard bauen wir uns neu auf als Guard. Und aus diesem Guard kann man jetzt einen Adapter bauen. Und diesen Adapter verwenden wir, wenn wir eine Session bauen wollen. Das Schöne ist, das wird euch alles quasi vorenthalten. Das heißt, ihr müsst nur diesen Adapter bauen, diesen Guard bauen, Adapter, ja genau, Adapter, Adapter ist gleich Tor-HTTP-Adapter. So, der Adapter, wie gesagt, baut sich aus dem Guard, soll, achso, das könnten wir vielleicht mal ganz kurz aufmachen. Wir sehen hier, das ist der Guard, das sind die Hops-Counts, und dann haben wir hier die Retries. Die Retries würde ich jetzt hier nicht setzen, das ist quasi, wenn irgendwas fehlschlägt, dann bekommt ihr einen Error. Und eben diese Hops, das ist genau dasselbe, wie hier oben beim Circuit. Also hier könnt ihr quasi die Größe eures Circuits auch wieder einstellen. So, Next ist hier einfach eine Session, die wir bauen können. Und mit dieser Session können wir quasi uns auch einloggen, können alles drum und dran machen, können also das ganze Tor-Netzwerk automatisieren. Das heißt, wir sagen hier, with requests.session, as session, und jetzt wollen wir hier tatsächlich hergehen, und zum Beispiel auch Header setzen, oder zum Beispiel vernünftige Website-Anfragen machen. Das heißt, wir sagen hier session.headers.update, und ja, hier reinpacken wir jetzt einfach mal die absoluten Standard-Basic-Headers. Ihr könnt die erweitern, wie ihr wollt. Wir schreiben jetzt hier einfach mal rein, dass wir den User-Agent, ähm, halt, stopp, User-Agent setzen wir auf Mozilla, Version 5.0. So stimmt das, User-Agent Mozilla 5.0, perfekt. Und dann sagen wir hier, wir mounten unsere, ähm, unsere Session auf einen Adapter drauf. Und das heißt, wir sagen hier S, oder Session Punkt, äh, Punkt Mount, und ja, wann wollen wir denn bitte diesen Adapter verwenden? Naja, wenn wir HTTP-Anfragen machen. HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, bekommt, zugewiesen, den Adapter. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so. dann machen wir dasselbe eigentlich nochmal, und zwar mit HTTPS, und zwar natürlich auch mit dem Adapter. Damit haben wir quasi jetzt hier den Tor-HTTP-Adapter verwendet, der wiederum hier eben das ganze Tor-Netzwerk für uns implementiert, und haben hier eine Session, die den Tor-Adapter verwendet. Sehr schön. Okay. So, und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen, und, äh, einfach Anfragen stellen. Das heißt, so wie ihr es bei Requests einfach auch habt, das heißt, wir sagen, eigentlich normalerweise sagt man Resp für Response, und zwar sagen wir jetzt hier einfach Session.get, also damit schickt ihr den Get-Request raus, ähm, wir schicken den Host, also erstmal den normalen Host, damit wir unsere IP holen können, ähm, können hier natürlich auch noch sowas wie ein Timeout angeben, also zum Beispiel Timeout auf, ähm, 15 Sekunden setzen, und am Ende printen wir einfach die Response.Text aus. So, ähm, Resp überschreiben wir dann und sagen hier, wir wollen uns etwas Neues holen, und zwar dieses Mal tatsächlich eine, ähm, eine Online-URL, das bedeutet, wir können hier, ähm, die Session.get, und sagen hier einfach Host 2, und jetzt werden wir gleich was sehen, und zwar printen wir hier auch mal Response.Text. So, wunderbar, und damit starten wir das Ganze mal, beachtet, dass wir hier oben erstmal das machen mit dem Circuit, das heißt, hier haben wir quasi manuellen Get-Request geschickt, an das Netzwerk, und hier unten sehen wir schon wieder direkt, ah, wir haben hier offensichtlich was kaputt gemacht, weil ich kein HTTP geschrieben habe vorne dran. So, ich meine hier natürlich HTTP, Doppelpunkt, Slash, Slash, und dann plus Host. So, und da sehen wir genau, was das Problem mit dieser Library aktuell ist. Also, erstmal ganz von oben durch, ja. Ähm, wir sehen hier erstmal natürlich, ganz gewöhnlich, ähm, haben wir hier, hier, ganz oben, unsere IP-Adresse, 185, 220, 101, 136, das ist diese Zeile hier, das hat ja vorhin schon funktioniert. Anschließend gehen wir hier weiter und stellen diesen Request an, naja, unseren Host. Unser Host ist ifconfig.me, das heißt, eine Clearnet-Seite, ja. Und hier sehen wir hier auch, okay, wir sollen bitte hier irgendwas machen, bla, bla, bla. Ähm, keine Ahnung, das ist einfach nur irgendein Content, also, wir haben die Webseite angefragt, ja, das ist im Endeffekt alles. Okay, wunderschön, hier sehen wir auch, 185, 220, 101, 199 und wir sehen, 100, äh, 116, 111, 136 ist das Ende von dieser IP-Adresse, die wir hier oben angefragt haben, während hier unten, haben wir eine andere IP-Adresse. Also, die oben hat ja auf 136 aufgehört, das heißt, das hier mag zwar nicht erstmal aussehen, aber wir kriegen tatsächlich hier auch wieder natürlich einen neuen Tor-Knoten zugepackt, allerdings natürlich nicht, wenn wir die Session hier nicht wechseln. So, jetzt kommen wir allerdings zu dem negativen Teil und zwar hier haben wir natürlich einen Fehler. Wir sehen hier New Connection Error und dann bekommen wir hier einen Fehler und dann bekommen wir während dem Handling von dem Fehler einen weiteren Fehler und so weiter und so fort. Das liegt einfach daran, dass der Hidden Service hier, der hier zurückgegeben werden soll, einfach noch nicht so weit implementiert ist. Ihr könnt versuchen, ihn selber zu implementieren. Wir kriegen hier, wie gesagt, diesen Connection Error und dann kriegen wir hier die Max Retries, also wie viele Wiederversuche wir versucht haben. Aber ja, tatsächlich habe ich es noch nicht zum Laufen bekommen, hier mit, ja, mit einem Hidden Service, ist das Ganze vernünftig zu verbinden und das liegt einfach daran, dass wir hier noch nicht so weit sind. Und das heißt, wenn wir uns natürlich nochmal hier GitHub angucken, hier steht natürlich unten auch drin, wir haben V3 Hidden Services noch nicht drin, also die laufen einfach noch nicht und deswegen, das dauert einfach seine Zeit, aber ihr wisst theoretisch, wie jetzt das Ganze funktionieren würde und das Clearnet könnte, wie gesagt, über das Tor-Netzwerk auch wunderbar erreichen. Sollte auch für die meisten Fälle erstmal ausreichen, denke ich. Wie gesagt, für das andere gibt es immer noch die Möglichkeit, den lokalen Tor-Proxy zu verwenden und das kann ich euch auch noch zeigen, wenn ihr das wollt, das dürft ihr mir gerne mal schreiben. Gut, das war es von meiner Seite, wir sehen uns hier beim nächsten Mal, bis dann, ciao.